Jo, hi Leute! Willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute in diesem Video werde ich ein bisschen Super Mario 64 Randomizer spielen. Und wie ihr seht beim Randomizer kann es passieren, dass einige Dinge einfach an random Orten liegen. Wie zum Beispiel seht ihr hier auch... Hier ist ein One-Up. Moin! Hier ist ein Schild. Moin, moin! Dort drüben ist diese rote Box, die durchsichtig ist. Und die Steine, wie auch die Münzen, sind auch an verschiedenen Orten gelegt. Also die sind auch random platziert. Und ja Leute, ich wünsche euch an dieser Stelle viel Spaß mit dem Video. Die Bilder sind auch randomized. Ich bin ins Bild der ersten Welt reingegangen. Und jetzt bin ich hier gelandet, in der Lava-Welt. Jo, die bangen mich, Alter. Komisch. Jo! Ey, die bangen mich! Kann ja einfach ein Stern sein. Ja, lol, das ist echt... lol. Hier ist echt ein Stern. Boah, das war voll schwer, Mann. Erstmal Ventilator auf mich kommt, ich richte mich, weil es so schwer war. Ja, moin! Wie viele Geister hier sind? Wo ist Luigi's Mansion, wenn man ihn braucht? Es gibt Luigi's Mansion. Dreimal und er ist nicht hier. Wurde ich nur angemerkt haben. Oh, hier ist ein Stern. Easy. Nintendo, ich mache das mir auch viel zu leicht hier. Was soll das? Bald trug ich wieder Miyamoto an. Mir ist so egal, Mann. Scheisse, auch wenn er pennt wahrscheinlich. Der schläft immer. Lol. Ich besiege ihn einfach so. Haha, ich besiege ihn einfach so. Leute, ich besiege den Buu einfach so. Let's go. Oh, die Schneemänner sind nicht hier. Die Schneemänner sind nicht hier. Also, die sind hier unten. Wie random einfach. What the fuck? Man muss ja nochmal runterspringen. Toll, ist nicht hier. Yo, moin! Da stehen wir so. Yo, ciao, Leute. Moin, moin, moin. Moin, 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 moin. Hier ist die letzte rote Münze. Nintendo! Yo! Oh, das war knapp. Das war knapp. Das war knapp. Moin, 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 moin. Okay, nice. Wir haben das geschafft, Leute. Was? Was? Juh, die erste Welt. Ich hab Bock drauf. Ja, moin. Und hier ist auch schon der erste Stein. Zehn Sekunden in der Welt drehen und schon einen Stein geholt. Leute, nennen wir Speedrunner. Ah, juhu. König Boboom einfach so. Moin, 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 moin. Ich bin einfach hier. König Boboom chillt einfach hier. Idiot. Schaut mal, Leute. Es ist so realistisch das Spiel, dass die Sonne beim Abschimmat. Seht ihr das? Die Sonne gibt es einen Punkt. Hier ist ein Toad. Und im Spiegel sieht man ihn nicht. So. Erstmal zehn Susha auf einmal verlieren. Let's go. Sie waren ein Stern im Spiegel. Nee, tut man nicht. Es tut mir so leid, Mann. Ich glaub, der will zu seiner Großmutter rüber. Aber er schafft es nicht. Ich bin also so richtig, richtig gebankt. So. Ich bin wieder zurück. Hä? Äh, ja, moin, oder was? Er hat verloren. Loser. Seht ihr das, wo die... Seht ihr das? Seht ihr das? Ey. Ich wollte was zeigen, okay? Ich wollte was zeigen für die Zuschauer, okay? Beruhigt euch schnell. What the fuck? Ey, ich hab gesagt, beruhigt euch. Kommt der, oder? Kommst du, oder? Hä, was? Oh, what the fuck? Am Ende ist ja voll schnell. Am Ende einfach F-Zero-Game, siehst du. Also, das ist echt dicht hinter meinem Fell. Ja, was machst du hier? What the fuck? Ja, was macht der hier? Wer hat dich eingeladen? Deine Mom, oder was? Und da haben wir den Bowser besiegt. Jo, Leute. Wie ihr seht, ich habe jetzt 70 Steine eingesammelt. In Super Mario 64 Randomizer. Und ich möchte jetzt auch ein Dank heraushauen an alle Leute, die hier bei dem Stream dabei waren. Und ja, Leute. Ich denke mal, an dieser Stelle beende ich dann dieses Video. Ich danke euch noch fürs Zusehen. Also, ciao, Leute.